Was geht denn mal wieder ab oder was? Es geht abstehen, meine Lieben. Ich bin hier mit Freddy. Wir schauen heute eure TikToks an, meine Lieben. Und wenn wir lachen, dann vererben wir euch unser gesamtes Vermögen. Also, bringt uns besser zum Lachen. Schickt geile TikToks ein und wir schauen uns das jetzt an. Nein, natürlich nicht. Meine Eltern waren normal. Wir haben zu Hause auch selbst geschlachtet. Also, wie gesagt, mit meiner Mutter musste sie mich um die Speckschwarte streiten. Also, lecker, schön vom Schwein, so schön die Schwarte oder schon Steke. Ah, einfach lecker, sowas. In dem Sinne. Was zum Arschweck ist Steke? Boah, das ist nicht mein Slang. Willst du noch ein Steke oder was? Ja, kenn ich schon. Bro, do the sunshake. The what shake? Do the sunshake. Was war das? The sunshake. Ich weiß nicht, was das ist. Geht das jetzt die ganze Zeit so gut? Boah, was macht Tino da? Wow. Wow. Das war fucking heiß. Nicht schlecht. Gutes. Drei Minuten acht. Und es hat 3,1. Wie lacht du jetzt? Der Mann lacht. Deswegen. Ich find's geil. Geht das die ganze Zeit so? Ja, da wird nichts passieren. Wir werden lachen, wir werden lachen. Bist du bereit? Oh, nee. Ja, gemein. Was ist ein Pussy, motherfucker? Ihr Pussy, motherfucker! Ist hart. Das klau ich. Das ist einfach gut. Wow. Okay, doch nicht. Doch nicht. Doch nicht. Stehst du auf Anscheißen? Nein. Dann doch nicht. Diese Enttäuschung. Ich musste gar nicht wegen dem Clip lachen, sondern warum ist am Ende LeBron James? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. LeBron James? Sorry, Ken. Ich habe gerade noch ein Work to do. Bro, das ist, weil es relatable ist. Weil es einfach real ist. Essen bestellt. In der eigenen Wohnung. Doch, check ich. Ist relatable. Ist das nicht bei dir so? Ja, ich glaube auch, dass das natürlich geboostet ist, weil sie eine krasse Figur hat. Ja, okay. Pretty Privilege. So ein fetter Wichser liegen würde, wenn ich das doppelt so witzig muss. Ich kann dir sagen. Ach, ist es der? Ist es der mit Birdman? Ja, ich glaube, ja. See? Talking about Spiffy. You know you, Dale, you know you, man. Dale. Ich fand es gut. Ja, gutes Talk. Ey, das ist eigentlich ein geiler Hundename. Spiffy, krasser Hundename. Ey, Spiffy. Spiffy, komm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hasse es. Lel. Wait, what? Klassiker. Also gerade eben haben uns irgendwelche Spassen eine fucking Cola übergeleert. Geschleert. Uns versucht zusammen zu kloppen. Mich mit einer Glasflasche beworfen. Und wir sind kurz davor, die zu killen. Und wir haben komplett frische Kleidung gekauft. Die ist komplett mit Cola übergossen. Komplett frischer Mantel. Wer war der Marfuck, der gesagt hat, hört auf zu mobben. Mobben ist schwul. War das Waisel? Boah, das weiß ich nicht. Das war eins der witzigsten Sachen, die ich gesehen habe. Jeder soll es wissen. Waisel ist auch gegen Mobbing. Wer mobbt, ist schwul. Alter, tut mir leid. Also schwul meine ich nicht in dem Sinne. Also es ist Schrott. Auf jeden Fall. Wer mobbt ist Arschloch. Dicker. Das ist die größte Scheiße. Alter, das ist so wild. So nächstes Toki. Nächstes Toki. Sehr gut. Einfach kurz Tech Deck. Limited Edition Tech Deck, bro. Meine Katze Gabriel. Füße. Trinke meine Traurigkeit weg. No way. Trotzdem geht das mir. Meinst du, das ist... Ne, das ist nicht FaceApp. FaceApp kann mit Brille. Boah, das ist echt? Den Typ gibt es wirklich? Ich mag nicht alleine sein. Das ist der schlimmste, die... Bro. Stalled Island Patch? Wer ist das? Na, das muss mit FaceFilter sein. Ja, safe. Das ist FaceApp. Das ist FaceApp. Ja, guck mal, ist auch immer die gleiche Spiegelung. Ne, ist nicht. What the fuck? Doch! Nein, 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 nein. Da sieht man sie jetzt. Ja, ja. Wobei, die Hände, bro. Nein, die Hände sind viel zu jung. Hä, die sind doch viel heller auch. Take off the car, bro. Take off the car. Das... Na. Keine Chance. Ne, du hast recht. Aber krass gut gemacht, muss man sagen. Alright, nächstes Toki. Life is meaningless, motherfuckers after getting their first foot job? Real. A cafe. Free. Weep? Brockenen. Sweet potato. Goldbläuer. Roast-tato. Carrot. Peace. Pumpkin. Sweet corn. Broad beans. Peaks. Onions. Onions. Carrots. Chocolate. Chocolate. Bro. Was? Weil er Chocolate sagt, bro. Du hast wegen dem Chocolate gelacht? Ja, what's your favorite vegetable? Er sagt Chocolate. Das hab ich gar nicht gelesen. Ach, du hast das nicht gelesen? Ich dachte, die sagen einfach Wörter. Du Hurensoi. Geld. Diese 5 Euro werden an Freddy gespendet. Hiermit hab ich keine Schulden mehr bei Freddy. Hardcore. Danke, Merliksen. Das ist das erste Mal, dass er was Cooles gemacht hat. Aber die musst du ja trotzdem jetzt mir geben von Geld. Money! Weißt du, was ich wirklich... Weißt du, was ich wirklich... Echt unangenehm Cringe fand. Das hier war das. Ja, aber... Ja, das ist krass. Genau das hab ich auch gesehen. Und Nico kann actually singen. Einigermaßen. Hard in a barrel. Ja, wieso... Kann er sich drei Wörter nicht merken, bro? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Geht auf Mission. Ey, bro, er geht einfach. Er ist Partner actually von Perry. Actually true. Das wird wahrscheinlich stimmen. Freunde, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben und abonniert diesen Hunde-Ficker-Kanal, denn bei 100.000 Abonnenten auf diesem Kanal werde ich meine Niere spenden. Schaut bei Freddy vorbei. Auch auf Spotify ganz gern. Unglaublich gern auf Spotify auch. Ich habe den Chico, Baby ich bin ein Hero Lass dich einfach fallen, ich fang dich auf Komm wir fliegen zu dir